Servus Leute! Willkommen zurück zu SoulStyles! Im letzten Part habe ich mich mit Hilfe eines Planes in diesem Spiel wacker geschlagen, ja, das muss man so sagen. Und ich glaube... Ne, 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 Moment, nochmal. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Mir fehlt ein einziges Stück vom Stab, ich weiß nicht, wo das ist. Weil, wie gesagt, das ist... Also ich hab's zwar noch nicht gesagt, aber es ist das erste Teil, was ich noch nie gefunden habe. Ich glaube, hier geht's runter. Genau. Jetzt sind wir nämlich hier. So, da haben wir nämlich alle schon gesehen. Hopp. Ne? Bum, bum. Okay. Hier bricht nix ein. Hier bricht was ein, genau. Ne? Das waren die Hände, oder was das sind? Hände mit Köpfen. Äh, Füße mit Köpfen, meine ich. So, dann hier hoch. Schleim, geh nach unten, bitte. Danke. Jetzt kann ich die Credit Science sammeln, denn jetzt bin ich, äh, ziemlich nahe am Ende des Spiels, glaube ich. Ich hoffe es. Okay. So, die da... Nein, den habe ich mit einem anderen Raum verwechselt. Mit dem da, genau. So, jetzt mache ich wieder einen auf Zeitanhalter. Wie viel Leben habe ich? Ah, geht so. Ja. Perfekt. Okay, darum geht's nicht lang. Darum will ich zumindest nicht lang. Ne, Bälle. Guck mal, Papa Bälle. Ja, das kennen wir noch. So, hier musste ich... Da lang, genau. Da, äh... Puh, erinnere ich mich nämlich noch. So, wie mache ich das jetzt am besten? Jetzt kommt das auf Fingerspitzengefühl an. Scheiße. Okay. Versuch zwei. Noch ist nichts verloren. Immer schön optimistisch bleiben. Ich werde das Spiel ohne Safe Stats und dergleiche schaffen. Und ohne Cheats und ohne Nachgucken und was weiß ich, weiß nicht alles. Das macht für jeden Fall mal die Unverwundbarkeit. Jetzt! Leck mich! Fuck! Da! Perfekt. Oh, no, fuck! Ja, deswegen. Das war jetzt nämlich irgendwie... ...geht der blaue Trank aus. Ich habe noch einen einzigen Versuch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, habe ich verkackt. Zack. Boah! Moment, hier. Oh! Ich hab's verkackt, ich brauch die Unvermutbarkeit. Scheißen Dreck! Was mach ich denn da jetzt am besten? Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss drauf gehen. Kommt her, Bälle. Finde ich zwar schade, aber... Ich war so nah dran. So, wo bin ich jetzt? Bin ich... Ja, hier bin ich okay. Blauer Trank hab ich zweimal. Es muss jetzt beide Male auf Anhieb klappen. Sonst kann ich's wieder knicken. Schau mal hier rein. Ich bräuchte einen blauen Trank. So. Komm schon, ich stehe kurz davor, es zu schaffen. So, jetzt kommt wieder Stunde der Wahrheit. Das muss klappen oder ich bin geliefert. Jetzt kann ich das ganze Spiel nochmal machen. mit einem anderen Satz, dann kommt wieder hin. Perfekt. Okay. Moment Bitte lass mich jetzt keinen Fehler gemacht haben Nein, nein, nein Ich darf diesen Raum jetzt nicht mehr verlassen, sonst ist alles vorbei Okay Das nehm ich mit Oh mein Gott Nee Verpisst euch wie immer Nein, was hab ich getan? Ich muss das irgendwie runterschübsen Ah Okay, Magical Key Ich bin sehr angespannt jetzt, weil ich keinen blauen Trank mehr habe und den werde ich wohl brauchen Nein Da hinten ist eine Tür Wie viel Geld habe ich? Einmal Ich gehe jede Wette ein, ich brauche das Moment Oh Was fällt da herum? Ich muss jetzt ganz genau nachdenken, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler mache, ist alles verkackt So, das bringt mich wahrscheinlich zu dem Teleporter, den ich eben gesehen habe Ja Ach nee Ach du Kacke Ach Scheißen Dreck Kredit ist auf jeden Fall Gold wert hier Verzieht euch Ich bin sehr angespannt, Leute Ich stehe kurz davor Moment, was würde mir das bringen? Ah Oh, ich muss das abpassen, mein, der ist ernst Achso, ich dachte, es verschwindet, okay, dann ist es ja eigentlich einfach Eigentlich Oh, bin ich nervös Shit, ich habe keinen Zeitanhalter Er ist nicht gesprungen Ich muss verdammt schnell sein Oh Mann Nicht jetzt Nicht deswegen Okay, Zeitanhalter Ich versuche mal das Ganze nochmal Nein Jetzt Bitte lass mich keinen Fehler gemacht haben Okay Ich fühle es, ich bin dem Ende des Spiels immer näher Okay, da geht einer hin und her Da könnte ich noch drüber springen Schaffe ich den Sprung so, nein Ich fahre nochmal nach unten Achso, geht nicht Dreck Aber ich habe gesehen, was ich vorhabe Und das hätte auch fast geklappt Okay, da bin ich da hinten dann Kann ich mit einem gewöhnlichen Sprung da rauf? Vielleicht Kann ich mit dem Der Blase kann ich dann da links rüber Okay, ich habe es verstanden Er ist nicht gesprungen Ich habe es verstanden Das heißt, ich muss da drauf nehmen Okay, das Nicht So Nicht das Ganze in der Ecke Sondern ein zweiter rechts Er ist wieder nicht gesprungen Der Depp Nein Morbus Ne Wie komme ich auf Morbus? Morbus ist glaube ich der Böse Schadachs Genau Bitte Schadachs Tu mir einen Gefallen Ich weiß, Magier haben es nicht So mit ihrer Sprungkraft Aber bitte Perfekt Am liebsten werde ich Am liebsten werde ich save state Ne, werde ich am liebsten nicht Save states mag keiner Okay, da ist es runtergefallen Ich wette, das Teil brauche ich Das Gute ist, ich kann hier Jede Zeit resetten Indem ich da ganz einfach runtergehe Ich muss erst mal gucken Wo das Teil hingefallen ist Hallo Ich kann nicht resetten Ist das euer Ernst? Das heißt, ich muss jetzt auf gut Glück Da oben die Zeit anhalten Alles klar So ein Spiel willst du spielen Ne, so ein Spielchen willst du spielen Du Spiel Alles klar Aber da gehören immer noch zwei dazu Hast du Rechnung ohne Uncle Wolf gemacht? Ne, 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 ne Perfekt Nein, nein, nein Das ist Dumm Alter Wenigstens habe ich nicht Was mich Tötet Obwohl doch da ein Auge, aber Ich verstehe, wie das hier gemeint ist Auf jeden Fall So blöde bin ich auch nicht Wow Ich muss das Teil schieben, damit die Blase auf dem Würfel landet Und auch gleich hinterher Wenn ich das einsammeln, ne Nein Weglenken Schnell Das ist gar nicht mal so einfach Ich verstehe zwar, wie es gemeint ist und dergleichen, aber Das auf die Reihe zu bekommen ist dann auch so eine Timingssache Jetzt Du dämlicher Magier Jetzt Alter Dumm Batz Los, mach Leck mich doch Leck mich doch Ich hab's natürlich nicht drüber geschafft Das ist doof, wenn ich jetzt die ganze Zeit wegen sowas festhänge Ich weiß, wie es geplant ist, ich brauch nur das richtige Timing dafür Ich bin sowas von gesprungen, glaubt's mir Ja, das Problem hat er auch manchmal Das er meint, so einen langen Magiermantel anhaben zu müssen Naja Typical solche Klamotten haben wie der schwarze Magier Segujo Ansonsten könnte man den Typ noch mehr in die Tonne treten Ich weiß gar nicht, ob ich da direkt mit einsprung Alter Hochkomme Aber eigentlich will ich's nicht versuchen, weil Ich denke, dass ich die komische Kiste, die darunter gefallen ist, noch brauche Ach, ist das spannend Jetzt kann ich das Video mit sinnlosen Palawa gefüllen Äh, gefüllen, genau Mit sinnlosen Palawa füllen Das Problem ist, irgendwann fällt mir auch kein Keine Laberei mehr ein Jetzt Es war Viel zu blöder Ach, bockig Ich brauch da ein richtiges Timing dafür Okay, das wäre jetzt durchaus die erste Stelle, wo ich Save-State setzen würde Wenn ich ein Save-State-Nutzer wäre Bin ich aber nicht Ja, aber auch nur um das Timing dieser komischen Kiste daraus zu finden Weil irgendwie habe ich das Timing absolut nicht im Kopf Moment Jetzt Würde es sich nicht ausgehen Jetzt Leck mich doch Oh Mann, sowas ist nervig Immer wieder die gleiche Musik, das geht mir auch schon auf den Sack Monster Max hat wenigstens verschiedene Musik Warum nicht das Spiel Verstehe ich nicht Ich glaube ich gehe nachher doch unter Nudelsuppe essen Ich habe meiner Mutter eben zwar gesagt, dass ich jetzt zur Zeit keine möchte Aber wenn das so weiter geht es sich vielleicht doch ein Jetzt mal schön Nudelsuppe essen Einfach mal so nutzlose Informationen reinschmeißen Das war glaube ich viel zu früh Warum verbocke ich es Ich meine immerhin sterbe ich jetzt nicht mehr Aber trotzdem Ich bin so nah dran So nah Ich fühle, dass das Ende hier irgendwo in der Nähe ist Ich fühle es in meiner Nudelsuppe Ich gläse wieder sehr aus der Suppe Oh, du willst das Nein Dummer Magie Du willst das Ende von Soulstars gleich erreichen Schön wäre sehr Allerdings lügt nichts und so Wisst ihr Bescheid Also jeder der Asterix kennt Moment Nein, 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 nein Ich wollte das eigentlich testen, ob es klappt Aber es klappt nicht Na gut, dann stelle ich mich hier hin Und im nächsten Part von Soulstars geht es hier weiter Bis zum nächsten Mal Fertig